Packende Ringer Reportage, präsentiert von folgenden Firmen. Packende Ringer Reportage Packende Ringer Reportage für Telenavtel in Zentralschweiz die laufende Saison. Spannend, der alles entscheidende Final. Am Samstag trifft Hergiswil auswärts auf Krieseren. Nur ein Sieg zählt. Sonst ist Krieseren Schweizer Meister. Gewöhnt Hergiswil gibt es einen dritten Kampf. Best of 3. Am Sonntag reist Willisau nach Moury mit zwei Pünktchen Reserven im Gepäck. Längter Vorrat für Brassen. Wer gewinnt, der Gianni meint. Nächste Woche kommt die Rückmeldung zum Samstagabend, die sieben Uhr. Wir sind jetzt Krieseren gegen Hergiswil. Das ist genau gleich wie letztes Samstag. Ich erwarte ein sehr spannender Kampf. In der letzten Woche haben wir beide Mannschaft fünf in der Wittklasse gewinnt. Aber Hergiswil nur ein, drei Uhr, Krieseren drei. Und das entscheidet für den Kampf. Dort probieren wir für Hergiswil etwas zu verändern. Und dann haben wir sicher ein sehr interessanter Kampf. Jetzt ist es so aussehen, wenn Krieseren gewinnt. Krieseren ist Schweizer Meister. Aber Hergiswil will es nur auswärts gewinnen. Wie vor ein paar Jahren ist eigentlich schon passiert. Für das, naher lebt immer noch für Schans. Und für Hergiswil für Schweizer Meister. Und dann werden wir nach Konflikt wiederkommen. Naher, das letzte kommt für nächste Woche. Sonntagnachmittag für Freyand. Wigen für Willisau. Dort ist genau gleich wie vorhin. Auch in beiden Seiten schon möglich. Vier Kampf gewinnt für Freyand. Sechs Kampf gewinnt für Willisau. Aber Rückrunde, ich so spüre, vielleicht für Gewichtklassewechsel ein bisschen besser passt für Willisau. Aber das, ich glaube, Freyand will unbedingt für die Medaille. Das ist sicher ein sehr interessanter Kampf. Und es ist ziemlich spannend, der Kampf kommt für nächsten Sonntag. Also, alles offen. Hergiswil will unbedingt den dritten Kampf gegen Kriser. Und Willisau und Freyand sind fest entschlossen, Medaille zu holen. Es bleibt spannend. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Säge uns die Meinung. Auf Facebook oder YouTube. Stichwort Ringen. Telenapf. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Ringen. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018